Riedi Bolzhauser und die Scheibe im Tor zum 1 zu 0 für die Gäste. Ein kurioser Treffer bringt hier die Zürcher mit 1 zu 0 in Front. Zwölfte Spielminute. Mit der Nummer 46, Dean Kukan mit seinem ersten Treffer in der National League. Also Kukan schliesst ab und dann prallt die Scheibe von Bolzhausen. Es ohne Rund, Michaelis. Auch er mit seinem ersten Treffer in der Schweiz. Marc Michaelis, Luftabnahme, spektakulärer Treffer zum Ausgleich. 3,36 vor der ersten Pause. Zunächst der Rückpass, dann Personen. Die Scheibe abgelenkt von Garrett Rowe. Vermutlich war Michaelis gar nicht mehr dran, sondern Garrett Rowe. Ja, so ist es. Mal Marc. Und Andrike. Zarela gewinnt das Laufduell. Setzt sich durch, kommt zum Abschluss. Zari Erbi trifft. Für die Tigers setzt den Schlusspunkt der neue Finne im Team der Tigers. Was für ein Abend. Der zweite Punkt geht an Langau. Thierry Paterlini mit dem ersten Sieg im ersten Spiel im Oberhaus. Jubel im Emmental. Happy End doch noch für die aufopfernd kämpfenden Tigers. Was für ein Spiel. Am Schluss ging es 32 Sekunden. Zari Erbi. Mille Zari Erbi. Personen. Überlässt ihm die Scheibe. Eine finnische Kombination. Bringt den Tigers den zweiten Punkt. 60, 32 gespielt. Ambersner. Aku war mit dem. Ambersner. 笑 Ambersner. Lassner. Ambersner. Ambersner. Berista. isy Sukes. ENT circusa. indices communication. Verz dudet. Untertitelung des ZDF, 2020